Ei, noch ein Brief. Ah ja, so viel zu dem Thema. Wir machen mal hier das Licht an. So. Ach nee. Muss ich da Zahnräder drauf tun? Ich probiere das mal. Ah. Ah, das muss ja einem Armer gesagt werden, ne? Da oben waren doch noch Zahnräder, oder? Ich kann mich erinnern, dass da eins war. Ah, die Maschine muss noch gewartet werden. Sag mal, was hat der denn hier für Haasmeister? War nicht oben im Raum noch eins? Ah ja, aber wir gehen mal gucken. Ich meine, so ganz falsch kann es ja nicht sein, wenn wir jetzt hier gucken gehen, ne? Hallo. Da ist noch eins. So, das müsste denn das dritte sein. So, da brauchen wir jetzt hier dann noch die Stecker für das Dreieck, das Viereck oder den Kreis. Ich finde es ja schon lustig, also wenn du jemals denken würdest, dass da jemand so herkommen wird und so ein Schmarrn zusammenbaut. So, ich gucke aber nochmal hierhin. Kohle. Ah ja, so. Ne, das kann ich nicht verwenden. Licht wird alles, was ich lasse, Kohle, alles, was ich fasse. Ah nee, das ging anders. Hat da echt wohl noch was? So. Ach ja. So. Ah ja, ich habe doch fast schon gedacht, dass wir da hier noch was reinschleppen müssen. So. Und damit das Ding ah lang genug läuft. Ja, mach mal Licht an. Das muss dann aber reichen. Der Brenner ist jetzt voller Kohle. Ah ja. Hau mal noch ein bisschen mehr drauf. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich meine, das Ding fliegt uns dann sicherlich ja jetzt nicht gleich um die Ohren, ne? Dann halt nicht. So. Die Ei, an der Maschine muss noch gearbeitet werden. Was haben wir dann jetzt noch vergessen? An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis funktioniert. hier sind drei zahnräder die hammer dann geht es hier in den kasten rein und dann ist aber doof dass der kann dass die keine anleitung hier für das ding da haben so dann läuft das ding hier raus darin so haben wir mal aber licht an haben wir denn ich so was einge Pflanzenreich, ich bin reich an Pflanzen. Die Studierzimmer, so, naja, da müssen steberen. Das war ja klar. Jetzt müssen wir erstmal in ein Studierzimmer. Ich gucke aber mal hier und mal hier nicht was vergessen. Am Ende ist hier wieder alles leer, was wir gemacht haben. Aquative Presence 1, 2. Keine Ahnung, was man hier mitmacht. Vielleicht ergibt sich das ja dann, wenn man das Ding anhat. So, das heißt, jetzt müssen wir einen anderen Weg ins Studierzimmer finden. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod es aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. So. Ich habe jetzt mal gefragt, war die Tür nicht? Die war doch eigentlich... Ah, egal. Dahinter war man noch nicht drin, ne? Ich mag den Herbert. Schade, dass der jetzt auch tot ist. Kommen wir hier nicht her? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Lagerraum. Das ist jetzt schon momentär. Ich glaube ja, wir kamen da unten raus. Ach so, ich muss mich mal hier ein bisschen umsetzen. So, ich renne mal da runter. Archiv-Dunnel. Genau, wir kamen hier raus und gehen jetzt darin. So, im Lagerraum gibt es dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, das würde ich so schätzen, gibt es in dem Lagerraum Ich hasse Lagerräume in dem Spiel. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Ich habe jetzt noch nicht so schätzen, dass ich mich nicht so schätzen kann. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, ich versuche, ich will nur nach Hause gehen. Nein, geh weg von mir, lass mich allein! Ich will echt nicht so viel von den Zündern da verbrauchen. Maschinenteile. Ja, ja. Ja, ja. So, Moment. Da geht es da runter, da runter und darüber. Ja, ja. Da würde ich vermuten... Da müssen wir da rennen. Wir gehen natürlich dahin, was übersichtlich ist. Wir kommen zu Schauzi. 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 Puh! Instrumento! Puh! So ein Scheiß! Boah, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. So ein Scheiß! 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 So, nochmal schnell gucken. Bezüglich der explosiven Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Entschuldigung, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch deshalb deine leichtsinnige Lagerie beizubringen, bevor du deine Pläne in die Darte umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeit zu möchen. Agrippa? Agrippa? Ist das nicht... Das war doch so ein Gelehrte. Im Raum nebenan? Moment. Draus ist hell. Wom können wir nicht hier rausgehen? Du Lyschner, da ist gar kein Fass, du Depp. Ah. Primary. Achso. Ah, ich verstehe. Das ist nicht der Raum nebenan, sondern das ist der Raum hier. So. Das Ventil ist zugerost. So. Dann machen wir hier zu. So. Ich hab's doch so im Urin, da passiert gleich was. Wenn ich da das Ding da nehme. Puh. Ich hab'n Bohrer. Did ich da sehen? Achso. Doe draus dir. Gott. Ja. Entschuldigung. Für die Flüssigkeit ist ein Behälter nötig. Das sollte ich nett machen. Wo kriege ich jetzt Behälter her? Ich weiß es nicht. 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 Ich weiß es nicht.